Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder eine Entschuldigung, Minecraft Bedrock Snapshot Vorstellung, denn ihr wisst Bescheid immer was in der Minecraft Bedrock oder Beta Bedrock, so heißt das Teil, hinzugefügt wird. Das wird wahrscheinlich auch in der Ja-Band-Version zugefügt. Die Sachen sollten ja immer identisch in beiden Versionen neu dazukommen. Und hier gibt es was Neues, unter anderem Boote in Kisten, nee andersrum, Kiste in Booten und ein paar kleine Änderungen zum Allay. Das Allay ist in der Bedrock-Beta ja schon drin und ja, ich habe mir mal das Update gezogen, wir gucken uns an, was da heute abgeht. Zunächst mal, nicht nur das, auch in dieser Bedrock-Beta ist endlich jetzt das Deep Dark mit drin, allerdings ohne Warden, das heißt, der ist da noch nicht. Und ich werde danach jetzt auch nicht suchen, weil wir haben in der Bedrock-Beta oder generell in der Bedrock kein Spectator-Mode und ebenfalls nicht die Möglichkeit, den Locate-Biome-Command zu nutzen. Das heißt, ich müsste jetzt irgendwo hier rumeiern, so lange suchen, bis ich das finde. Und das ist auch noch die Welt vom letzten Mal. Oh Gott, wie sieht ein Kelp von weit generiert aus? Oh, die Klumpen, habe ich bisher noch nicht gesehen. Und, warte mal ganz kurz. So, bis zum Film war Bedrock. Äh, ich habe keine weiteren Fragen. Also, wie das mit dem Boot funktioniert, das schauen wir gleich mal. Deep Dark wisst da Bescheid. Ich habe bereits schon ein Snapshot-Video zu hochgeladen von der Java-Version, aber das ist eigentlich identisch, da war auch schon der Warden mit drin. Wenn ihr es nicht gesehen habt, schaut mal in die Snapshot-Playlist rein. Wir starten erstmal ganz normal. Wie immer, gerne ein Like da lassen für das Video, hilft im Events. Und dann gibt es weitere Videos dieser Art. Ähm, ich entdecke ständig neue Sachen, die anders sind im Vergleich zu, ja, guck dich mal den Schatten an. Der sieht aus wie, keine Ahnung, irgendein Bohrkopf, der da runterhängt. Der Schatten wird entlanggezogen. Äh, ich, Leute, ich frage mich nicht, was. Wir starten. Ähm, es gibt jetzt ab sofort die Möglichkeit, wenn man eine Axt nutzt in Minecraft, auch in der Bedrock, dann, dass man ein Schild disablen kann. Das war bisher nicht drin, warum auch immer. Das gibt es seit Jahrzehnten in der Minecraft-Java-Version. Jedenfalls, das ist auch eine Bedrock, also ihr könnt ein Schild disablen mit einer Axt. Dann machen wir aber erstmal weiter mit den ganz normalen Booten mit Kisten. Gehen wir mal ganz kurz rein. Ich hole mir mal hier in der Suche ein bisschen Wood. Und so ein Boot mit Kisten macht ihr eigentlich ganz einfach, wenn ihr ein bisschen normales Holz habt. Na, ich hätte auch so. Egal, dann tun wir so, als hätten wir es umgecraftet. Also, 64 von denen gibt es raus. Wir machen uns einmal ein ganz normales Boot. In der Bedrock-Version craftet man Boote anders. Ich glaube, man muss eine Schaufel reinmachen, ja. Da war was. Leute, es tut mir leid, ich habe es nicht mehr hinkriegt, normales Boot hinzukriegen. Aber, äh, jetzt habe ich es hingekriegt. Irgendwas war da doch. Gut, man braucht eine Schaufel dazu. Dann hat man jetzt so ein normales Boot. Dann machen wir eine Kiste. Und laut dem Change-Block müssen wir jetzt das Boot mit der Kiste zusammenfügen. Und ja, es funktioniert. Ähnlich wie in einem Minecraft mit einer Kiste können wir auch ein Boot jetzt mit einer Kiste machen. Und das nehmen wir einfach mal und platzieren das hier unten drauf. So, Leute. Ähm. So sieht die Kiste soweit aus. Man kann sich reinsetzen. Äh, Space to... Ist das neu? Wo muss man denn Space drücken zum Exit? Leute, ich habe manchmal echt Probleme mit der Bedrock-Version. Mit Sneaken geht es auch. Aber da steht Space to Exit. Warum denn Space? So, wir machen das mit Shift-Rechts-Klick. Können wir jetzt praktisch hier Sachen reinlegen. Das funktioniert einwandfrei. Und wir können mal gucken, was passiert, wenn wir das kaputt machen. Im Game-Mode verschwindet es einfach. Das heißt, ich müsste das mal im Survival-Mode testen, ob die Items dann da aktuell verschwinden oder nicht. So, pass mal auf. Machen wir einfach mal hier. Legen wir sowas rein. Dann gehe ich mal in den Game-Mode. Gut. Survival. Cheats an. Ach, stopp. Ich kann mich hier gar nicht um. Es tut mir leid, Leute. Ich kann diese Welt auch nicht aktivieren, dass Cheats wieder drin sind. Ich habe die wahrscheinlich falsch erstellt. Also, so wie es aussieht, die verschwinden. Ich vermute mal ganz stark, dass wir also würden die rausploppen. So. Man kann ganz entspannt hier rumfahren. Während man drinsitzt, irgendwo lang eiert, geht das leider nicht. Und, ähm, oder könnte ich? Warte mal, kann ich mich umdrehen? Warte mal ganz kurz. Shift-Rechts-Klick. Ne, geht nicht. Also, man muss aufsteigen, auf jeden Fall. Und dann Shift-Rechts-Klick draufmachen. Und dann fällt man durch. Das ist leider auch noch so ein Phänomen von der Bedrock, was nicht so geil ist. Sofern ich es nicht wusste, man fällt durch. Man kann die Boote irgendwie ganz so wehr durch die Gegend schieben. Und, wenn man drinsitzt, das Boot paddelt schneller als in der Java-Version. Das sehe ich doch von hier. Oh mein Gott. Tut mir leid. Eigentlich soll das eine Snapshot-Vorstellung sein. Und kein Ranten über die verschiedenen Versionen. Aber als richtiger Minecrafter blutet da mein Herz. Boote, es fühlt sich einfach nicht wie Minecraft an aktuell. Noch, es tut mir leid. Leute. Äh, ja. Das hier funktioniert so mit den Booten. Und ich denke mal, die wird auch in die Java-Version kommen. Ansonsten, ich bin schon wieder durchs Boot durchgefallen. Wir gucken uns mal ein kleines bisschen an. Wie das mit dem Alley funktioniert. Das sollte jetzt etwas näher an einem Notenblock stehen. Also nicht mehr ganz gut. Jetzt hier ein Noteblock. Let's go. Hello. Und wir machen auch einen Comparator dran. Ich würde einfach mal sagen, wir machen eine kleine Clock. Interessant. Wenn man klickt, gibt es auch immer sofort einen Stack, ohne dass man Shift klickt. Naja, naja, klar. So, äh, ja. Wir können einfach hingehen, ne? Ganz normal hier lang. Und. Na, komm. Eigentlich müsste der. Hatten wir das nicht neulich? Ach Gott. Ich meine, ich hätte da was angepasst. Die gute Alde-Glock. So, jetzt haben wir Sound. Dann werden wir mal folgendes machen. Will man das Alley? Das hört sich die ganze Zeit. Alley. Her damit. Und er kommt jetzt hier dran. Und er wird jetzt immer zu diesem Notenblock zurückkehren. Ähm. Außerdem, wenn das Alley, wenn er einem Spieler gehört. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie das gemessen wird. Ich kann jetzt mal hingehen und sagen, ey, yo, ich hätte gern Redstone von dir. Alley. Bleib mal hier. So, ich hoffe, dass ich hier, ich bin jetzt der Master von dem. Ja? Wenn ich jetzt hier einen Redstone hinwerfe, dann holt es das, bringt es zurück und hat einen Cooldown, bevor es jetzt wieder Items aufnehmen kann, damit es die gedroppten Items nicht wieder erneut aufnimmt. Das war die Sache jetzt. Da war der Cooldown. Das fliegt auf jeden Fall weg. Gut. Und jetzt die Frage. Was passiert, wenn ich hier stoppe? Auch den Notenblock ausschalte praktisch. Also das checkt jetzt immer noch, dass das der Notenblock ist. Ja, dann gab es ja eine gewisse Zeit. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann sollte das Alley jetzt hier warten. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen ruhiger und fladdert nicht ganz so häufig hier lang. Und ich habe das Redstone mal eingesammelt. Und das Alley wandert hoffentlich jetzt nicht weiter weg, sondern bleibt bei diesem Notenblock, auch wenn dieser nicht aktiviert wird. Weil wenn ja, dann wird das nochmal eine Game-Changing-Mechanic. Ist was ein bisschen annoying. Oh, das hat wahrscheinlich mein Item hier gesehen in der Hand, ne? Ja, das hat mein Item in der Hand gesehen. Damit kann ich die ja locken. So, ich habe mal kurz das jetzt aus der Hand rausgetan. Und trotzdem... Nö, es folgt mir einfach ganz normal. Okay, ich dachte, dass das vielleicht in der Location bleibt. Nein, tut es nicht. Äh, das Alley ist anscheinend jetzt auf mich gepolt. Auch wenn ich gar nicht das Item in der Hand halte. So, solange ich dem Alley ein Item gebe, wird es mir folgen, auch wenn ich was anderes in der Hand habe. Also irgendwie ein Spawner oder so. Das gehört mir jetzt. Aber irgendwie wäre es noch cool, auch jetzt so als Feedback vielleicht, wenn das Alley an der Position einfach bleibt. Also, dass man es ein bisschen besser steuern kann. Weil ganz ehrlich, das folgt ja jetzt ein bisschen an Ewigkeiten. Du musst es also einsperren, logischerweise. Nochmal gucken, ob sich das dann vielleicht noch irgendwie ändert. So, apropos, genau. Wenn das jetzt mir gehört. Komm mal her, Alley. Ich kann es nicht mehr hauen. Also, ihr habt gerade den Sound gehört, aber, ähm, ich kann ihm keinen Schaden mehr zufügen. Und das ist das erste Mal, selbst wenn einem Wolf einem gehört, eine Katze einem gehört, du kannst deinem Mob immer Damage zufügen. Beim Alley ist es allerdings nicht so. Du kannst kein Damage deinem eigenen Mob zufügen. Und das ist eine Premiere. Das haben wir so bisher noch nicht in Minecraft. Interesting. Ansonsten noch eine Sache übrigens, wenn wir hier wieder an das Horn gehen. Leute haben sich gefragt, wofür das gut ist. Ich habe im letzten Video auch gesagt, vielleicht braucht man das, um irgendwie mit Pillager zu kommunizieren oder so. Äh, ich hatte irgendwie auf Twitter gesehen. Nope, ist nicht der Fall. Wisst ihr, wofür wir das Horn brauchen? Für absolut gar nichts. Einfach nur so als, als Item drin. Es braucht nicht jedes Item anscheinend auch da eine Funktion oder so. Einfach für die Spieler untereinander. Ich weiß nicht, wie weit man das Horn hören kann. Und was man, also ich sehe ja keinen praktischen Anwendungssinn. Es ist im Spiel drin. Wird aber eins der nutzlosen Items sein wie ein Ofen-Minecart. Weißt du, das nutzt eigentlich auch niemand. Übrigens, demnächst habe ich mir überlegt, ein Video mit den nutzlosesten Items in Minecraft, wo man gar nicht weiß, was damit anfangen kann. Und ich glaube, das hier ist aktuell echt der beste Kandidat. Also ich sehe halt keinen Sinn so, wenn ich Minecraft spiele. Und ich spiele sehr viel Minecraft normalerweise. Ich sehe keinen Sinn, mir dieses Teil zu craften, zu machen, zu holen oder irgendwas mit Ziegenhörnern zu machen. Die Ziegen sind auch aktuell ein Mob. Das ist zwar im Game, aber ich habe überhaupt keine Interaktion mit denen weiterhin gehabt. Hat sich nie gelohnt, die zu holen, die zu paaren. Das Einzige, was die machen können, ist einen in den Hintern ran. Wenn man neben denen steht und droppen nichts und bringt nichts, so nach dem Motto. Und fand ich ein bisschen schade. Man hat ja immer so einen Way to go. Aber irgendwie fehlt der mir hier. Gut. Ansonsten gab es noch jede Menge Bugfixes. Nichts weiter allzu interessantes mehr. Wichtigster Punkt war eben das Kistenboot. Minecraft würde ich gerade sagen, das Kistenboot. Leute, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis in das Kachen und ciao, ciao. Vielen Dank.